Ich, Johanna Gerber, mache jetzt die Klatschkolumne. Für diesen Job hänge ich es ständig am Handy. Denn hier trudelt er ein, der heiße Stoff, exklusive Backstage-Reporte, Promi-Gespräche und spannende Beobachtungen aus den geschlossenen Gesellschaften der VIPs. Heute, was Caroline Hervor zur Zeit in Berlin macht und warum Fürst Albert Zweite sich mit Stau in Dresden rumplanen musste.